Hallo und willkommen bei tooltime.de, eurem YouTube-IT-Kanal. Toll, dass ihr das Video angeklickt habt. In diesem Video zeige ich euch mal, wie man die kostenlose Software Ultimate Boot CD aus dem Internet runterlädt und auf eine CD brennt oder auf einen USB-Stick kopiert. Von dem kann man dann booten und kann die Hardware von seinem Rechner oder von seinem Notebook auf Fehler testen. Die Ultimate Boot CD ist eine Software-Sammlung, die basiert auf Linux. Da sind dutzende einzelne Programme, da bootet man dann von dem USB-Stick oder von der CD, kann sich das Programm dann aussuchen, zum Beispiel einen Speichertest oder einen Festplattentest und kann dann die Hardware von dem Notebook oder von dem PC testen. Da ist auch ein komplettes Linux dabei mit einer grafischen Oberfläche. Das kann man booten und kann dann ganz normal mitarbeiten wie mit dem Windows PC. Das ist die Webseite von der Ultimate Boot CD. Den Link, den blende ich unten ein oder den findet ihr auch auf der Seite tooltime.de in dem Artikel zu diesem Video. Und wenn ihr die Seite aufruft, dann bekommt ihr dieses Bild und dann kann man die Ultimate Boot CD sich runterladen. Das ist ein ISO-Image. Sollte man aber nicht hier draufklicken, sondern der Link ist unten. Ich scrolle auf der Seite mal ein bisschen nach unten und da kann man sich das runterladen. Entweder hier Peer-to-Peer, also von verschiedenen anderen Rechnern oder direkt von dem Server. Das ist dann dieses hier und da kann man sich hier seinen Server aussuchen. Da klickt man hier auf ISO drauf und ich nehme mal diesen Server hier und jetzt beginnt der Download. Hier unten sieht man dann den Download-Status. Das sind 623 MB, also passt auf eine CD drauf. Das Datenträger-Abbild wurde jetzt runtergeladen. Das ist eine große ISO-Datei und die kann ich direkt so auf CD brennen mit Windows 7 oder mit Windows 10. Und da klicke ich mit der rechten Maustaste drauf. Und dann gibt es hier oben den Punkt Datenträger-Abbild brennen und da klicke ich drauf. Da lege ich mal die CD in das Laufwerk. Viele neuere Notebooks haben gar kein optisches Laufwerk mehr. Das hier neben auch nicht. Deswegen habe ich aus einem alten defekten Notebook das optische Laufwerk ausgebaut und habe das hier mittels von zwei Adaptern an USB hier angeschlossen. Wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert oder wie ihr euer altes Laufwerk aus dem defekten Notebook als USB-Laufwerk nutzen könnt, da blende ich hier oben mal eine Infokarte ein zu einem Video. Da seht ihr, wie man das machen kann. Die CD ist jetzt eingelegt und ich klicke hier jetzt auf Brennen. Das Brennen dauert ungefähr so 5 Minuten. Das Brennen auf CD ist fertig. Das hat geklappt und jetzt zeige ich mal, wie man die Ultimate Boot CD hier auf einem bootbaren USB-Stick kopiert. Hier habe ich so einen leeren USB-Stick. Der sollte so mindestens mal 2 GB haben. Kleiner kriegt man die auch eigentlich gar nicht mehr. Und den stecke ich zuerst mal hier rein. Um die Ultimate Boot CD auf einem USB-Stick zu kopieren, von dem man auch booten kann, benutze ich hier so ein kleines Hilfsprogramm. Das ist dieses Programm Linux Live USB Creator. Das ist in der Lage, verschiedene ISO-Images entweder runterzuladen und auf einem USB-Stick zu kopieren oder bereits runtergeladene, das haben wir ja jetzt, auf einem USB-Stick zu kopieren. Und da kann man dann von booten. Schaut mal unten in die YouTube-Videobeschreibung. Da findet ihr den Link zur Seite tooltime.de zu diesem Artikel. Da wird dann gezeigt, wo man sich dieses Programm runterladen kann. Das ist kostenlos. Das ist nur ein kleines Tool. Hier oben blende ich nochmal eine Infokarte ein zu einem anderen Video auf dem Kanal. Da wird dieses Programm dann genauer erklärt. Das Programm funktioniert sehr einfach. Zuerst wählt man den USB-Stick, den man beschreiben möchte. Das ist hier oben. Da klicke ich mal drauf und da ist nur einer eingesteckt, dieser 4 GB-Stick von eben. Und jetzt wählt man sich die Quelle aus. Das ist hier ein ISO-Image. Da klicke ich drauf und klicke hier auf das ISO-Image, was ich eben runtergeladen hatte. Und jetzt wird das überprüft. Da gibt es hier eine Meldung. Dieses Linux ist nicht in der Kompatibilitätsliste. Das macht aber gar nichts. Das Programm ist trotzdem in der Lage, das auf den USB-Stick zu kopieren. Dann bei Schritt 3 den Live-Modus. Da ändere ich nichts dran. Das lasse ich, wie es ist. Bei Schritt 4 gibt es angelegte Dateien verstecken. Das lasse ich auch so. Stick mit FAT32 formatieren. Je nachdem, was ihr für einen Stick habt. Dieser hier ist schon formatiert mit FAT32. Dann gibt es den Punkt Linux Live Start von Windows aus erlauben. Da mache ich das Häkchen weg. Das möchte ich nicht. Ich möchte direkt von booten, also ohne, dass ich das in Windows starte. Und dann klicke ich hier unten auf den Blitz, um die Installation zu starten. Nach einigen Minuten kommt hier unten ganz unvermittelt die Meldung, der Linux Live-Stick wurde erfolgreich erstellt. Und jetzt ist der Stick auch fertig. Und ich gucke mir mal an, was da drauf ist. Mein Stick hat den Laufwerksbuchstaben E und hier ist gar nichts drauf, laut Windows Explorer. Und wenn man sich mal die Eigenschaften von dem Stick anguckt, dann ist er aber belegt. Es sind ungefähr 622 MB belegt von 4 GB. Der Rest ist frei. Das ist auch richtig so, weil dieses kleine Programm Linux Live USB Creator hat ja alle Dateien vor Windows versteckt. Jetzt habe ich mir also hier eine CD erstellt und einen USB-Stick. Jetzt fahre ich den Rechner mal runter und boote mal davon. Der USB-Stick ist jetzt eingesteckt und um davon zu booten, schaltet man den Rechner oder das Notebook ein und drückt im Normalfall entweder auf Escape oder F2. Manchmal ist es auch F12, F11, F9 oder man drückt auf die Entfernen-Taste, je nachdem, was man für ein Gerät hat. Das ist ganz unterschiedlich, kann man gar nicht vorhersagen. Hier, das ist ein Lenovo-Notebook. Die haben nochmal einen eigenen Knopf, der ist hier nebendran. Die neuen Lenovo-Notebooks, die haben zum Booten extra so einen eigenen Knopf hier neben. Der nennt sich Novo-Button. Der ist bei den Notebooks meistens neben der Netzteilbuchse, aber nicht jedes Lenovo hat den. Da drückt man einfach mit dem Schraubenzieher drauf oder mit einem anderen kleinen Gegenstand und dann startet das Notebook und zeigt direkt ein Bootmenü an. Hier bekommt man so ein kleines Menü. Da kann man sich aussuchen, was man machen möchte. Entweder normal starten, Bio-Setup oder Bootmenü. Da tippe ich hier mal das Bootmenü an und da werden hier verschiedene Optionen angezeigt. Wenn ihr ein neues Notebook habt, was wahrscheinlich mit Windows 10 ausgeliefert wurde oder auch teilweise mit Windows 8 und habt euer Bootmenü aufgerufen, entweder mit dieser Taste oder mit F9, F12 oder irgendeiner anderen Funktionstaste und ihr bekommt kein USB-Stick und auch kein CD-Laufwerk angezeigt, genauso wie hier jetzt, dann müsst ihr vorher ins BIOS gehen und dort dieses Secure Boot disablen, also ausschalten. Ich bin bei diesem Notebook nochmal ins BIOS gegangen mit der anderen Option am Anfang und hier gibt es verschiedene Punkte. Da kann man sich auch mal angucken, wie viel Speicher das hat. Das ist meistens hier dann der Fall. Da kann man den SATA-Controller einstellen und hier im nächsten Menü, Security, gibt es hier unten den Punkt Secure Boot und den kann ich einschalten oder ausschalten. Wenn ihr das Secure Boot deaktiviert habt, aber immer noch nicht von USB-Stick oder von einer CD booten könnt, dann müsst ihr nochmal ins BIOS gehen. Da gibt es meistens noch einen zweiten Punkt, der findet sich hier oft unter dem Punkt Boot und zwar steht hier Boot-Mode UEFI, da tippe ich mal drauf und dann gibt es hier zwei Möglichkeiten, entweder UEFI oder Legacy Support und da wähle ich diesen Legacy Support aus. Das unterstützt jetzt auch alte Medien, also USB oder auch CDs, wo kein Windows 10 und kein UEFI Boot-Code drauf ist. Hier heißt dieser Boot-Mode Legacy und hier gibt es dann diese Reihenfolge, Legacy First, das ist okay. Hier kann man noch UEFI First, wenn er da was gefunden hätte, also Windows 10 oder Windows 8, wollen aber jetzt hier von dem USB-Stick booten. Manchmal heißt es auch CSM, wenn da bei euch CSM steht, dann müsst ihr das enablen, das ist leider sehr uneinheitlich. Jetzt wieder das Ganze verlassen mit Exit Saving Changes und neu booten. Ich habe das Notebook neu gestartet, wie gesagt, Secure Boot ist deaktiviert und UEFI ist deaktiviert, manchmal heißt es auch nur EFI und jetzt ist hier der USB-Stick zu finden und von dem kann ich jetzt hier ganz einfach booten. Jetzt hat er von dem USB-Stick gebootet, genauso geht das auch von der CD. Wenn ihr ein älteres Notebook habt, ist das wie gesagt meistens gar kein Problem. Einfach die CD einlegen, Notebook einschalten, F9 oder F12 drücken, manchmal Escape oder auch F2, dann erscheint hier so ein Menü und dann bootet er davon, wenn es sowieso nicht vorher eingestellt war. Bei neueren Notebooks muss man meistens dieses UEFI deaktivieren und das Secure Boot. Wenn ihr da noch weitere Probleme habt, dann versucht man einen anderen USB-Port zu nehmen, statt einem USB-3.0-Port, einem USB-2.0-Port. Manchmal gibt es da auch Kompatibilitätsprobleme. Das ist also jetzt das Haupt-Boot-Menü der Ultimate-Boot-CD. Da kann ich mir hier mit den Pfeiltasten aussuchen, was ich machen möchte. Hier zum Beispiel kann ich den Speicher testen bei Memory. Da klicke ich drauf und dann suche ich mir hier ein Testprogramm aus, zum Beispiel hier dieses MemTest 86 Plus Version 5.01. Und schon startet das von dem USB-Stick und das Programm testet jetzt das RAM von dem Notebook. Ein anderes ziemlich wichtiges und leistungsfähiges Programm ist hier dieses PartedMagic. Das ist ein komplettes Linux mit grafischer Oberfläche. Das kann ich hier mal starten. Das ist jetzt das fertig gebootete Linux-System mit PartedMagic und dutzenden anderen Programmen. Da wird hier nach der Zeitzone gefragt. Da klickt man einfach auf Cancel. Dann gibt es hier den Partition-Editor. Dann gibt es noch ein Erased-Disk-Programm. Hier kann man Speicher testen, Festplatten verwalten, Partitionen vergrößern, Festplatten komplett formatieren oder auch die Temperaturen von CPU und Platte auslesen. Das ist sehr leistungsfähig. Mit diesem Linux-Live-System wird auch gleichzeitig der Firefox mitgeliefert. Den kann man einfach starten und wenn man das Notebook oder den Rechner mit dem Internet verbunden hat, kann man auch direkt lossurfen. Sieht man hier, funktioniert einwandfrei. So kann man zum Beispiel auch in Sekundenschnelle die Netzwerkkarte testen. In einem anderen Video zeige ich diese anderen Programme, die auf dem Ultimate Boot CD USB-Stick drauf sind. Da kann man, wie gesagt, von Booten sind dutzende Programme drauf. Kann man die komplette Hardware des Rechners testen auf verschiedenste Art und Weise. Da blende ich mal die Infokarte zu dem Video hier oben ein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und es hat euch ein bisschen was gebracht. Wenn ja, gebt ihm doch einfach einen Daumen hoch. Und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt die unten in die YouTube-Kommentare. Da antworte ich gerne drauf. Geht doch einfach mal auf die Seite tooltime.de. Den Link, den findet ihr unten in der Videobeschreibung bei YouTube. Auf der Seite tooltime.de findet ihr noch dutzende andere weitere Videos, Tipps und Tricks, Bilder und Links zu Herstellern, zu Downloads. Schaut euch einfach mal um. Da sind bestimmt auch jede Menge Artikel noch für euch dabei. Hier blende ich noch ein paar andere Videos ein. Da seht ihr dann, wie man Notebooks auseinanderschraubt und repariert. Wie man Drucker auseinanderschraubt und repariert. Wie man Windows 10 instand setzt und Fehler behebt. Schaut euch einfach mal um. Da sind bestimmt auch noch jede Menge Videos für euch dabei und würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert.